Ja, ihr seht's ja bereits, ihr seht schon wieder meinen Billo-Fernseher. Ähm, ja, Fortnite. Wow. Ähm, heute ist Sonntag, sprich, heute kommt das Live-Event. Äh, ich bin schon mega hyped drauf, ich hab richtig Bock, ich hoffe ihr auch. Ähm, das heutige Live-Event, da werd ich auf jeden Fall am Start sein, wird nicht auf Twitch gestreamt, nein, es wird auf YouTube kommen, ähm, weil es dann für euch besser ist, außerdem, Live-Event ist einmal Special und das Ariana Grande Live-Event auf Twitch. Ja, das Video ist leider nicht geblieben, das bedeutet, die Dateien dafür sind alle weg, bedeutet, dass man's nur jetzt noch bei anderen sehen kann und nicht mal bei mir und ich das selber nicht mal bei mir sehen kann, was ich ein bisschen schade finde, deswegen das nächste Live-Event auf jeden Fall jetzt, heute Abend auf YouTube gestreamt, ab ca. 21.30 Uhr, spätestens wird der Stream starten, also seid dann auf jeden Fall gerne am Start, äh, um 22 Uhr startet natürlich das Live-Event, da werden wir auf jeden Fall am Start sein und dann würd ich sagen, freu ich mich auf jeden, der im Stream dabei ist, haut's da rein, bis dann, ciao.